Und hier sind wir zurück zu einem neuen Part von GTA von San Andreas. Ich bin Kobarus und wie immer, es ist mir natürlich eine Ehre für diesen Part auf jeden zu dürfen. Nachdem wir im letzten Part den gesamten Syndaco-Clan oder Syndaco-Syndikat oder wie auch immer man es nennen will, nachdem wir alle Syndacos abgeschlachtet haben im letzten Part, ist das Power-Verhältnis bei den Mafiosos jetzt ein bisschen kaputt. Und wir haben auch die Keycard bekommen, nachdem wir zweimal SM-Spaß mit unserer Freundin da hatten. Und ja, jetzt können wir wieder eine Triad-Mission machen und jetzt sogar eine Mad-Dog-Mission. Aber erstmal der eine Scheiß, dann der andere. Mal schauen, dass sie so für, wo sie erledigen können, unserem Blind-Brother. Fisch in a Barrel. Herr Ron-Fa-Li. Herr Präsident, kann ich bitte Ihre Marken haben? Nach dem was CJ für abend getan hat, ist eine gute Anzahl für nicht. Gute Anzahl für dich Das war für Schneeberg Dann müssen wir uns noch um mehr Dokumenten Wir haben jetzt nämlich... Hallo? Karl, es ist ich, Kent Die Leone-Familie hat ihren Gehör in der Salvatore gemacht Hier, jetzt, er hat Caligula übergebracht Wir sind verletzt, es ist Krieg für die Kontrolle der Touristen, Mann Krieg, Krieg! Es gibt Worte von Triad-Visitern oder etwas, das sie sich beschäftigen müssen Ich kenne von der bathroom, ich muss gehen Ich muss wirklich gehen Ken wird auch gerade ziemlich in den Arsch gefickt Okay, die Salvatore, jetzt haben wir von denen schon mal was gehört Naja, und die Zigaraten kommen jetzt auch rüber, natürlich Dadurch, wie gesagt, wir haben die ganzen Syndakus abgeschlachtet Dadurch ist ein riesiges, ein riesige Power-Imbalance entstanden Was halt nicht gerade der optimale Scheiß ist Na gut, dann machen wir doch noch die Mafia-Sache Bevor wir uns in die Maddog-Missionen kümmern Ich möchte das so lieber geordnet haben Also ab nach Caligula retten wir Ken Aus dieser misslichen Lage Mal schauen, was für uns dann dabei rausschmeckt Was gehört da diesmal im anderen Raum, auf der rechten Seite, nicht auf der linken Wiese Oder doch Gut, da wurden wir getäuscht Egal Win, win, win Ja natürlich, wer es glaubt So, rein da Freefall Stop fucking buzz this I'm peeking on the blood pressure alone Yeah, terrific Well, well, well What do we got here? Here's your sandwich Who's this pretty thing? I don't usually do this kind of shit, you know I like this girl I like this girl What's your name, kid? Maria And the service? Is not included Hey the woman you're fat fuck You heard the bird Come on Are you kidding me? Are you kidding me? See you later, guys And who's this asshole? The name's Carl Johnson, sir Before working with Mr. Rosenberg here I had the pleasure doing business with your son Joey back in Liberty City You know my Joey? I like that So, kid, what can I do for you? Well, can't about for me, I'm a straight killer Oh! One man fucking army A real dependable A total fucking maniac You know the Phorellis are sending over a crew to hit me Their flight gets in soon Traveling is a string quartet I was gonna send some of the boys over as a little welcoming committee But, uh, maybe you can take care of it Easy Thank you, sir I guarantee you You won't regret this Maybe I should go wild Stay where you are, Rosenberg I don't want you getting yourself lost Boah Die Behinderung ist groß in mir, Alter Ähm Nicht so russische Mafia, oder? Nur russische Mafia Hm? Naja, egal Salvatos kann man Vielleicht Wenn er sagt San Joey aus Liberty Ich will alles so anlehnen auf das eine und auf das andere Klau das Flugzeug im Hangar Jogun Jusimir bewähre Finde ich auch gut, wie ein Zivilist einfach sofort in den Flughafen reingelassen wird Und über die ganzen Landebahnen fahren darf Und über die ganzen Landebahnen fahren darf Vielleicht kenne ich auch die Mission, vielleicht nicht Wer weiß Wir steigen einfach mal ein und schauen, was sich so ergibt Oh, warte, da ist Rüstung Da ist Rüstung So, zack Okay, das Ding ist ja super leicht Wie realistisch, dass der Flugzeug instant abhebt Die Maschine mit dem kleinen Sollbad landen Fange das Flugzeug ab, bevor es in Las Vegas ankommt Okay Finde ich gut, dass ein Flugzeug so instant in die Luft steigen kann Ohne auch nur ein bisschen an Fahrt aufzunehmen Macht natürlich sehr viel Sinn Also die Schwerkraft ist ja nicht existent auf diesem Planeten Lol Und wie sollen wir dieses Flugzeug bitte abfangen? Müssen wir uns da rein crashen oder was zum Fick? Oder können wir damit jetzt schießen? Nö, können wir nicht Ja, dann gute Frage, wie wir das schaffen wollen Wahrscheinlich ist das, ich glaube das war so ein Jumbo-Jet Und dann konnten wir mit dem Flugzeug in das andere Flugzeug reinfliegen oder so Keine Ahnung, irgendwie in die Richtung, glaube ich, funktionierte das Mal schauen Wir müssen aber wieder weiter nach oben fliegen Gott sei Dank ist so ein Flugzeug echt wendig Und kann leicht in die Höhe steigen Anders als dieses scheiß Passagierflugzeug, ey Was wir dann in dieser Damm-Mission benutzen müssten Das war schon ziemlich nervig Ich muss nicht wieder runter Ich glaube, dass das erste Mal es einem erlaubt ist, über das Meer zu fliegen Weil normalerweise wirst du dann sofort von Raketen abgeschossen Und dann von Haien im Meer gegessen Damit du halt nicht aus dem Map irgendwie sofort entkommst Aber hier ist es halt natürlich geplant, dass wir das machen müssen Weil gerade wenn ihr auf die Karte schaut Äh, sind wir Ja, wir sind an der Grenze Die Karte geht hier nicht mehr weiter Wir fliegen hier halt trotzdem Voran In Richtung Verderben Boots Und fix das scheiß Flugzeug, Mann Hallo? Das ist mal da das Flugzeug Jetzt sollten wir auf der richtigen Höhe sein Ah, ich glaube, da kann man es langsam hinten sehen, oder? Ne, ne, ne Schade Ich bin jetzt am Haar los, ey Mann, wie lange dauert das denn bitte? Da ist es, ey Bring deine Maschine hinter das Flugzeug und fliege in die Markierung Da ist es, ey Da ist es, ey So, natürlich sind wir mit so einem kleinen Miniflugzeug weitaus schneller als so ein Weißt du, wir haben einen Rotor und sind dann schneller als so ein Flugzeug mit zwei Düsen, ey Ich meine, natürlich sind Hm Ne, anscheinend sind wir nicht schneller, wir schaffen es nicht, ey Hallo? Können wir mal aufholen? Es macht natürlich keinen Sinn mit einem Rotor auf dem Flugzeug einen mit zwei Düsen einzuholen, aber trotzdem Es scheint nicht, dass wir irgendwie weiterkommen gerade Was scheiße ist Boah, ey Da muss ich, da muss ich drei Jahre lang dieses scheiß Flugzeug ansteuern Was ist das für eine Hurenmission, ey Das ist eine richtige Hurenmission Habt ihr das gesehen? Wieso ich das dann so schnell in eine Drehung schaffe, ey Und dann die auch noch verfolgen, wenn ich viel langsamer mit diesem scheiß Flugzeug Ah, jedes Mal muss ich mich dieses Spiel Jeder Mission muss mich jetzt frusten, seitdem wir das mit Schuhe aussehen Jede scheiß Mission Funktioniert wie absoluter Müll Und zwar gar nicht Nein, 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 nein Frustrierend habt ihr gesehen wie lange wir den scheiß da anfliegen mussten und dann die 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 so man So, alle Lebensmittel immer wieder, muss ich das anhören. Wieso müssen wir unbedingt dieses Scheiß langsame Flugzeug klauen? Jetzt zum ersten Mal wäre es schlau, einfach so ein Passagierflugzeug zu klauen, das hätte auch schnell genug wäre zu verfolgen! Hier haben wir auch gar keine, ist ja auch weiters logisch der Flugzeuge mit Klaaren oder sowas, aber auch egal. Ja, wir haben ein Flugzeug, was deutlich langsamer ist und versuchen da irgendwie sie dann hinten ranzukommen. This logic, man. Naja, hm, ich habe jetzt ehrlich gesagt nichts Großes zu bereden, bin ich ganz ehrlich. Das sieht doch nett aus. Das ist ein Mini-Rittersport. Gibt doch nett aus. Das ist ein Mini-Rittersport. Das ist ein Mini-Rittersport. Hm, der Fall ist, wir müssen das ja perfekt teilen eigentlich. Wir müssen das so teilen, dass ich dann rechtzeitig hinter dem Ding komme, ohne dass es mich abhängt. Ja, jetzt ist klar, wenn ich das jetzt verkacke, dann werde ich natürlich cutten. Nein, das ist doch Quatsch. Wenn nicht. Hm. Das ist was wichtig, wenn man genug Wasser trinken kann. Da ist es jetzt, jetzt drehen wir um. Und einmal, wenn ich mein Flugzeug richtig drehen muss, schaffe ich es gar nicht. Das ist... Wir sehen uns dann. Bis gleich. So. Hoffentlich habe ich es geschafft. Ähm. Mal schauen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Yes. Geschafft. Das ist einfach nur... Lebenswürde. What the fuck? CJ. Haha. Wir geh' dich nach links und rechts um... Entwicklung zu. Oh shit. How the fuck did he get in here? Who cares? Waste'em. Okay. Ich find's auch gut, wie die mehrere Headshots überleben können. Naja. Wir sind hier im Flugzeug, haben nun eine Pistole. Das ich auch irgendwie lächerlich finde. Die Typen überleben anscheinend alles. Jetzt haben wir wieder unser SMG in der Hand. So. Hinter uns ist der Pilot. Seht nicht wie los. Jep. Gut gekämpft. Gut gekämpft. Gut gekämpft. So. Wir bringen das Flugzeug zurück zum Flughafen. Das ist echt ein Jet ey. Aber irgendwie waren wir neu genug dran. Deswegen waren wir dann im Slipstream und so. Und konnten dann... Äh. Ja. Die Boys einholen. Aber schön ey. Er hat direkt dann einen Versuch geklappt und so. Er hat direkt dann einen Versuch dann geklappt und so. Und so. Hat mich halt dann bei uns gebraucht. Der Lightcore dann sofort umgedreht. War dann im Slipstream. Des Jets. Und dann ja. Hoffentlich können wir dann richtig landen. Ich weiß noch nicht mal wieso wir den Jet überhaupt landen müssen. Aber auch egal. Wir haben es äh. Bitte. Schatten. Bitte. Also ich hoffe eigentlich dass wir es schaffen. Sonst wärs halt ein bisschen kacke. Ehrlich gesagt. Mir ein bisschen meine Tat kacke. Aber wir haben eine riesige Landebahn. Eigentlich müsste es klappen. So. Auf Fahrgestelle wird ausgefahren. Gucken wir mal. Müssen wir? Ah. Müssen wir. So gut wie zählst du und so gelandet werden müssen. Und eine glückliche Landung. Hurra. So. Sehr schön. 15.000 Respekt. Und die wollen es echt nur herausfordern. Dass man irgendwie mit dem Jet dann abstürzt oder sowas. Ey. Das finde ich echt nicht nett. Aber wisst ihr was. Es ist echt ein Privatjet und sowas. Deswegen. Fliegen wir den weg. Ich meine. Den können wir gerne in diesem Flugplatz landen. Und das sind dann die letzten Momente des Parts. die wir dann hier haben. Im Fahrgestell einziehen. Sehr schön. Jetzt haben wir unser Jet. Und den fliegen wir dann zum Flugplatz rüber. Ich glaube ich weiß ungefähr wo der sein sollte. Aber 15.000 ist echt. Und da ist einfach. Also die. Ich kann auch nicht mehr wie die heißen. Ich kann auch nicht mehr wie die heißen. Die Sandorellis oder so. Santiago Bernabeos. Ich kann auch nicht mehr wie die heißen noch. Schirmischer Himmel. Sieht nicht gut aus. Ich muss auf jeden Fall eine gute Wendung hinkriegen. Aber diesen Jet möchte ich echt gerne haben. Also in meiner Sammlung oder so. Wir sind dann jetzt ein reicher Mann ne. Mit einem eigenen Casino und so ein Scheiß. Ich muss ja einen anderen Anflug nutzen so. Mit ein bisschen mehr. Ja. Hingabe. Ja. So. Hier. Das wird ne schöne Landung. Und Kupp explodiert. Muss die ganze Mission wiederholen. Yay. Selbstmord. So. Sehr schön. Ja. Ich hab voll vergessen, dass ich da einfach nach oben drücken muss. So. So. Und. Nein. Böse. Sehr. Böse. Oh. Der Wind. Fick dich Wind. Du hässliche Nutte. Du hässliche Nutte. Oh. Guck mal. Der Jet kann. Der Jet kann nicht mal gegen den Wind ankommen. Hässliche. Verfickte. Dreckstöle. Fick dich. Boah. Ja. Und jetzt haben wir seit der Mission haben wir jetzt auch diesen Abschleppboy da gespeichert. Ist das nicht toll? Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja. Ja. Öffne dich. Sesam öffne Schutzwind. Ne gehts gut. Ne ne. Ich bin nur kurz vor der Salzüberdosis die mein Leben endlich beenden wird. Wer hat diese scheiß Windengine hier rein gepackt der jetzt mal ganz ernst hat. Verfickt nochmal ey. Was ist das für eine Windböde das den Jet erst... Guck mal ich kann nicht... Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Pulp. Guck mal. Guck mal. Du bist dur- Sie brauchen ein droppingast mehr damage stored. 2017 keine Willst du das Dossier bekommen? Ja, ich habe die Files. Was willst du mit ihnen machen? Wir müssen uns in einem Ort kümmern und sich um die Dinge zu beschäftigen. Da ist eine Ghost Town, Las Brujas, in der Devilskastel. Kennst du es? Ja, ich will es finden. Ich weiß, du wirst. Ich sehe dich da. Karl. Die Halle ist sogar leer. Wieso kann ich da nicht mein Jet rein tun? Hallo? Sehr schnell, jetzt habe ich die Halle nicht geöffnet. Gut, dass hier der Wind auch in dieser Halle so hoch ist. Macht natürlich extrem Sinn. Aber dafür ist das so alles bekannt. Jetzt habe ich meinen eigenen Privatjet endlich hier. Meine Güte. Und jetzt ist der Wind auf einmal verschwunden. Ich werde echt verrückt. Ich werde echt verrückt. Du kannst doch verstehen. Aber manche schön. Ich weiß. Manche Dinge ist meiner unendlichen Dummheit und Skilllosigkeit zu verschulden. Aber trotzdem, ey. So. Ähm. So. Sanfero Fastlane überspeichert. Ähm. Gehen wir mal auf die Karte. Da ist Tenpenny Mission. Da ist Tenpenny Mission. Jo. Ja, die machen wir einfach als nächstes die Tenpenny Mission. Weil, wieso nicht? Ähm. Ist auch hier in der Nähe des Flugplatzes. Oh. Da 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 da. Genau. Und damit, äh. Sehen wir uns dann hoffentlich zu einem nächsten Part. Bis dann und ciao. So. Dann.